Die britischen Jungferninseln, ein Urlaubsparadies fernab vom Massentourismus. Die deutsche Schauspielerin Eva Habermann erlebt in Das sind meine britische Virgin Islands den Archipel auf ganz individuelle Weise, an Bord eines Moorings Power Katamaran. Ob Hummer auf Anegada, The Bath auf Virgin Gorda oder einfach nur die Seele baumeln lassen, sie genießt die Unabhängigkeit, die eine Luxusjacht ihr bietet. Eine Reise voller Erlebnisse und unvergesslicher Momente. Untertitelung des ZDF für funk, 2017